Das nächste Instrument, das ich für euch ausgesucht habe, ist die kleine Trommel, ein zentrales Instrument unserer Instrumentenfamilie. Auch Militärtrommel genannt und Komponisten setzen sie sehr gerne ein, weil sie klanglich sehr wandlungsfähig ist. Wir können Wirbel spielen, wir können Schwerpunkte und leichtere Noten spielen, also Akzente, und wir können auch Vorschläge spielen, Verzierungsnoten. Diese Vorschläge und dieses Schwer-Leicht macht die kleine Trommel besonders zentzerisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017